Hallo zusammen, ihr habt eine Weile nichts mehr von mir gehört, das war teilweise aus persönlichen Gründen, teilweise aus gesundheitlichen Gründen und teilweise aus jobtechnischen Gründen. Warum wir eigentlich ins Detail gehen, ich wollte nur eben kurz meinen Plan für dieses Jahr mehr oder weniger festlegen. Ich hatte letzte Woche, wenn das Video hier zeitlich rauskommt, das letzte Video in der WeWork-Reihe für Setting rausgebracht, das heißt das ganze Worldbuilding-Ding vom Setting wäre soweit fertig. Und als nächstes würden jetzt dazu die Lore-Videos kommen. Die können sich allerdings ein bisschen hinziehen, weil ich dafür unter anderem Artwork in Auftrag gebe und weil ich plane mit jedem Video ein PDF zu bündeln, dass ihr das Ganze nochmal nachlesen könnt in Ruhe und so weiter und so fort. Das heißt davon werde ich dieses Jahr vielleicht vier, fünf Videos, wenn es hochkommt, rausbringen, also alle zwei Monate, vielleicht alle drei Monate ein Video. Eben weil ich dafür Artwork beauftragen muss, ich dafür Kurzgeschichten und sonstigen Blödsinn schreiben werde und so weiter und so fort. Also es ist alles etwas mehr Arbeit, als eben fix ein Video zusammenzuhauen. Aber damit ihr euch nicht zu Tode langweilt, habe ich geplant, dass ich pro Monat ungefähr zwei Videos rausbringen möchte. Die sind wahrscheinlich etwa zehn Minuten, wahrscheinlich kürzer. Und ich habe da einiges an Themen, über die ich sprechen könnte. Teilweise Themen, mit denen ich mich schon eine Weile länger beschäftige und wo die Ideen einfach bisher nicht wirklich zusammengepasst haben. Und teilweise Sachen, die jetzt neu hochgekommen sind und allgemein tagesaktuelles Zeug, was hier und da mal interessant sein könnte. Wenn ich in einen gewissen Trott komme und ein gewisses Muster im Bearbeiten von Videos habe und sonstigen Blödsinn, schaffe ich wahrscheinlich auch vier, fünf Videos im Monat. Aber ich möchte mir keine zu hohen Ziele setzen. Also momentan das Ziel ist, mindestens zwei Videos pro Monat zu machen. Und diese ganzen größeren Lore-Videos, wo ich ein bisschen mit Editing rumspielen möchte und PDFs dazu mache und so weiter und so fort, laufen dann separat nebenher. Wenn ihr Wunschthemen habt oder allgemein irgendwelche Fragen oder sonstigen Blödsinn, eben einfach in die Kommentare damit. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Tag, Nacht, Abend oder wann auch immer ihr das Video schaut und wir sehen uns dann im nächsten Video.